Das ist der erste Eckstoß. Montiano. Fehlerhain. Und drin ist er. Mariusz Kukielka erzielt den mittlerweile hochverdienten 1 zu 1 Ausgleich für Cottbus in der 62. Spielminute. Mariusz Kukielka. Doch wie hat er es gemacht? Im ersten Moment sah es aus wie ein Kopfball. Aber schauen Sie gleich mal genau hin. Denn auch ein Rücken kann entzücken. Noch deutlicher wird es jetzt.